Ihnen ist sicherlich bekannt, dass LEDs grundsätzlich kalte Temperaturen mögen. Warme Temperaturen zwingen die Lebensdauer der LED in die Knie. Einige Anwendungen werden dadurch sogar ganz unmöglich. Welche Leuchten nutzen Sie aber bei besonders heißen Umgebungstemperaturen? Wir haben die Lösung auf dem Tisch. Das ist unsere Leuchte Bremerhaven LED. Fette und heiße Dämpfe bei Temperaturen bis zu 90 Grad Celsius stellen da kein Problem mehr dar. Das ist die perfekte Lösung für Dunstabzugshauben in Großküchen oder metallverarbeitende Betriebe. Wir nutzen hier zwei verschiedene hochwertige Kunststoffe. Das ist einmal ein duroplastischer Kunststoff bei den Endgehäusen und ein bruchsicheres Leuchtenrohr aus Polycarbonat. Das bruchsichere Material eignet sich besonders für die Lebensmittelindustrie. Die Leuchte gibt es in zwei verschiedenen Varianten. Wir haben eine wärmefeste Variante bis plus 60 Grad Celsius und eine hochwärmefeste Variante bis plus 90 Grad Celsius. Die Leuchte gibt es in zwei unterschiedlichen Längen. Einmal haben wir die Länge 1,20 Meter und eine Länge 1,50 Meter. Für weitere Informationen schreiben Sie uns eine Mail oder besuchen Sie unsere Homepage. Lorca. Licht perfektioniert.